Der Rückwechsel bei Berlin hat dazu geführt, dass Hegel-Krankin sich am Aufschlag wieder austoben darf. Wieder ein richtig, richtig gutes Ding. Was ist los? Mit viel Glück. Ah, da gibt's. Das wäre ein Ball für eine Video-Challenge. War der Ball auf den Boden? Keiner der Schiedsrichter hat den Ball gesehen. Alle sechs Berliner und der Trainer sind davon überzeugt. Beiden Liberos haben sich gerade auch nochmal ganz charmant da unterhalten.